Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir haben es 8.35 Uhr am Morgen und wir haben vor, jetzt endlich mal die nächste Hauptfest zu machen. Fortress of Ice würden wir sechs Tage brauchen, ich dachte zwei, sechs Tage würden wir dafür brauchen, 140 Kilometer sind das. Und wir reisen jetzt dahin. Wir haben alles schon erledigt gehabt in der letzten Folge und was, das sieht heftig aus hier mit dem grünen Boden. Wieder aber ein riesen Dungeon wahrscheinlich. Bin ich gespannt. Oh, so einer ist das, so ein Dungeon. Was ist das denn? Nee, Wolf. Wieder was gehört. Na, aber es sieht hier tatsächlich aus, so ein bisschen wie die Wände von der Magier-Gilde. Ja, komm, ich will da rum. Ich fülle da wieder einen. Hier ist keiner. Jetzt muss kein. Gerade. Da sind wieder welche. Da ist ein roter Pixel. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber hier ist der Applaus. Ich würde sagen, wir gehen noch nicht zum Blauen. Oder hat es mit Wasser zu tun? Nee, das ist was anderes. Hat nichts mit Wasser zu tun, aber wir wollen die komplette, das komplette Dungeon hier erkunden. Da sind wieder Eiswölfe. Oder Schneewölfe. Ja, Schneewölfe hat nichts. Und der hat auch nichts. Natürlich. Hier sind wieder Fackeln. Weiter runter geht es nicht. Okay. Wir wollen alles erkunden. Wir wollen hier alles sehen. Alle Schätze finden. Noch einer. Ich habe jetzt erwartet, die werden stärker oder so. Hier sind noch irgendwo welche. Okay, da hat nichts. Das scheint eine Tür zu sein. Das ist eine Tür. Und noch eine Tür. Ich habe keine Ahnung, wo das hier jetzt hinführt, aber wir wollen ja natürlich hier alles sehen und finden. Was ist das? Digga. Ja, der fickt mich hier. Digga. Nein. Was war das denn? Heißkohle. Nein. Was war das denn? Das war ein Eiskohle. So, wo sind wir hier jetzt? So einen kleinen Zwischenraum. Der hat mich übelst auseinander genommen. Hier gibt es gar nichts. Hat sich gar nicht gelohnt, hier rein zu gehen. Nur unnötig Heiltränke verbraucht. Hallo. So. Aber hier hätten wir wieder einen Weg nach Norden. Aber ich will erstmal den kompletten Gang hier entlang. Und schauen, was wir hier so finden. Nein, weg. Kannst du auch mal drauf gehen? Geht doch endlich mal. So. Ein und vier Sieg Gold. Und. Alles Platze. So. Und. Was war denn das? Und der hatte vier Gold. Ah. Wir sind schon voll. Okay. Okay, dann. Wir haben 164 von 168. 164 von 168. Boah. So. Das heißt, im Grunde haben wir nur noch Platz, um Gold mitzunehmen. Wo sind wir hier jetzt? Oh, Fetzel. Hm, Crystal. Nice. Ah. Aber den Silberhelm können wir doch bestimmt nehmen, oder nicht? Ist das hier schon das Südlichste, wo wir hin können? Ich würde sagen, wir speichern einmal hier und schauen, ob wir hier auch runterfallen können. Hm. Ah, das war der Wolf. Den Wolf können wir so attackieren. Oh. Wir werden auch hier lang gehen können. So, der hat nichts. Okay, wo sind wir hier jetzt eigentlich? Was ist das? Lass doch mal aufgehen. So. Gold, Mark, Brown Shield. Der hat nichts. Wir nehmen nochmal einen Teiltrank. So. Oh, Amulett. Amulette nehmen wir mit. Wir können ordentlich was wert werden. Genauso wie Ringe. Ah. Hier müssen wir auch noch erkunden. Ah. Und hat auch nichts. So. Der hat nichts. Ah, noch mehr Schätze. So. Gold und Mark. Gold. So. Haben wir hier jetzt alles? Hier haben wir alles. Das heißt, dann müssen wir hier noch ein bisschen erkunden. Und ich hoffe, wir kommen nicht wieder so einem Eisbolehm entgegen. Denn die Eisbolems machen mir jetzt sogar mehr Angst als die anderen Gegner, die wir hatten. Genau hier müssen wir rein. Ah. So. Hier gibt es sonst nichts. Gut. Es bleibt nichts anderes über als hier rein zu gehen. Und den hier auseinander zu nehmen. Und der hat auch nichts. So. Jetzt ist die Frage. Ach. Von hier kamen wir? Also gehen wir hier rein. Wie weit nach Westen geht es noch? Ah. Okay. Nicht mehr so weit. Dann gehen wir hier mal rein. Ja. Ah. 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 Da ist wieder einer. Und da ist noch einer. Komm. für die wölfe sind richtig low so der ist mir egal jetzt wieder schätze am bettlex haben wir keinen platz hier plattenhelmer war kein platz hier attackiert mich keiner offen wollt ja wir sind geld gierig hier noch mehr ritter jetzt mal drauf gehen wer hat doch endlich mal so was waren das war die eigentlich so katana danach haben wir noch platz gehabt das war ein ritter hatte 25 gold katana okay der hat und der hat 44 gold auch kein platz mehr für katana ein bakler klabber 164 von 164 wir machen noch einmal den hier und dann gucken wir mal wo wir genau sind hier geht es auch nicht mehr weiter das heißt wir müssen uns jetzt den wolf da oben stellen ich irgendwo war genau und da ist noch einer noch ein schatz da hinten ihn holen wir uns ja ja auch heute nicht so rum dann ist die frage und hier kommen wir das heißt wir müssen den weg hier wieder zurücknehmen so und dann hier hin und los genau hier ja aber die ritter sind heftig vor allem die kommen die ritter kommen ebenfalls und rudeln dann stelle ich mir jetzt die frage welcher gegner wäre mir lieber jetzt also hier kommen wir doch nicht weiter Aber der Schlüssel ist hier jetzt auch nicht. Ach, da hinten bist du, Fiffi. Ja, ist mir jetzt egal. Machen wir so. Es gibt auf jeden Fall Erfahrungspunkte, so oder so. Oh. Sind wir drüber gesprungen? Irgendwie. Keine Ahnung wie, aber haben wir es geschafft. Jetzt sind wir wieder in dem Gang. So. Wie weit Richtung Westen geht es hier nur auf. Hier ist anscheinend Wasser drunter. Oh, du schon wieder. Digga. Kann doch nicht sein. Kannst du mal drauf gehen? No, hallo? sonst ist hier keiner mehr okay 18 gold langsort aber kein amulett oder ring oder sowas da scheint es aber irgendwie wieder grün zu sein aber wir wollen jetzt erstmal weiter richtung westen wir sagen vielleicht vorsichtshalber hier auch noch einmal weichern wölfe sind hier in diesem level meine lieblings gegner sind nicht besonders schwer auch keine angst zu haben dass sie drauf gehe ob hier schon das ende weiter geht es nicht dann heißt es wahrscheinlich hier jetzt rein bei dem smaragdfarbenen boden hier ist eine tür hier ist was das eine bedeutung hier ist er tot 5 gold wow aber der hat nix nein nicht kämpfen das wollte ich genau einmal voll machen und wieder einer habe ich gerade gesehen aber ich habe ein haar im auge und tut aber richtig weh so da bin ich wieder so mir waren gefallen und steht einfach tana wollen wir nicht wenn die schmuck haben nehmen lieber schmuck hier gibt es wieder nichts und hier war doch keiner auf uns wie sieht es hier aus ein gold keine schätze schade so jetzt tut mein ohr weh ich wollte schon sagen warum geht es nicht auf da ist wieder zwei stück gleich warte liegen portion jetzt soll man drauf gehen ja heiltränke sind super ach hier ist noch einer so wie viel hat der 22 gold so auch noch feeling ja die heiltränke sind ich sage nichts mehr zu den heiltränken wirklich ja aber so ja talk was fehlt uns hier noch der raum hier ist niemand so genau wir gehen erstmal hier die ganzen räume durch genau hier sind wieder zwei ja ja endlich er hat nichts er hat 47 Gold er hat auch nichts den Goldstilhelm können wir nicht mitnehmen auch schade kann es sein, dass hier nur wenn hier jetzt bis hier oben hin alles nur so einzelne Räume sind ich fress ein Besen der hat aber ordentlich gesessen Digger, komm, träff doch mal was haben wir der hat sonst nichts das war ein Krieger also quasi die Klasse, die wir haben wie viele gibt es von denen hier ich würde sagen, bevor wir nach Labyrinthion gehen sehen wir zu, dass wir wieder ein paar Level aufsteigen weil zieht euch mal rein wie lange wir brauchen um den fertig zu machen Maze können wir bestimmt mitnehmen nein wie betragen wir denn 164 von 168 okay, dann ist Maze wahrscheinlich zu schwer für uns so ja, das kann doch nicht sein dass es bis jetzt ganz oben hindurch geht so obwohl das scheint die letzte jetzt zu sein hier gibt es nichts okay, dann gehen wir hier mal hier gibt es wieder oh, Schatzkammer Gold Ebony Helm ist mir egal jetzt warte mal Next Page gehen droppen okay dann warte mal wir gucken erstmal ob wir hier ein bisschen was wegschmeißen können oder leer machen können hier ja hier können wir wegmachen so ja können wir hier mal Platz machen bei uns im Inventar so yes yes das hier drop yes nein das hier oh ne das hier drop und den hier drop und den hier drop den hier drop jetzt müssen wir glaube ich erst mal genug Platz haben damit wir das hier Ebony Helm mitnehmen können so Ebony Helm wo haben wir den auch nice aber minus 9 jetzt was soll denn das so den können wir mitnehmen und schauen wir mal wie viel hier wir davon auch wieder mitnehmen können okay den haben wir keinen Platz mehr da haben wir auch keinen Platz mehr haben wir auch keinen Platz mehr okay dann ist es also hier haben wir auch keinen Platz mehr ist in Ordnung haben wir auch keinen Platz mehr aber wie es weiter geht erfahren wir in der nächsten Folge vielen Dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer Max Deus und ciao Outro Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020